Die Geschichte der Stadt Night Vale ist lang und verschlungen. Sie reicht tausende Jahre zurück, bis zur ersten Besiedlung der Wüste. Darum wird es im Folgenden nicht gehen. Es genügt zu sagen, dass Night Vale eine Stadt wie viele Städte ist. Mit einer Stadthalle und einer Bowlingbahn. Der Desert Flower Bowlingbahn im Arcade Fun Complex. Und einem Diner, dem Moonlight All Night Diner. Und einem Supermarkt, Ralph's. Und, selbstverständlich, einer lokalen Radiostation. Die sendet, was wir wissen dürfen. Hallo, liebe Hörer. Cecil hier. Eure Stimme aus der Dunkelheit, der stille Flüsterer in eurer leeren Nacht, der aus dem Studio von Radio Night Vale zu euch spricht. Ich bin hier, um euch all die Nachrichten und Neuigkeiten aus eurer Gemeinde zu überbringen und euch vor allem verbotenen und gefährlichen Wissen zu schützen. Liebe Hörer, ich freue mich sehr, an diesem Nachmittag zwei der mir liebsten Menschen im Studio begrüßen zu dürfen. Old Woman Josie und Carlos. Josie, du wohnst schon dein Leben lang in Night Vale. Jeder Bürger von Night Vale lebt schon sein Leben lang in Night Vale. Nicht jeder, Josie. Denken wir, wie so oft, an diesen gut aussehenden Wissenschaftler. Aber egal. Du hast jahrzehntelang im Vorstand der Oper von Night Vale gesessen, bis zur Welpenplage in den späten Neunzigern. Du behauptest, du kennst mehrere Engel. Sie sind heute zusammen mit mir ins Studio gekommen. Sagt Hallo, Erykas. Hi. Hallo. Schön, hier zu sein. Ihr seid sehr groß mit wunderschönen Flügeln. Natürlich glaube ich nicht an Engel. Niemand kann oder darf das. Aber wenn ich an Engel glaubte, würde ich wetten, dass sie aussehen wie ihr. Rundherum ist Wüste. Flach und leer. Vielleicht ähnelt Night Vale ihrer Stadt. Vielleicht ähnelt Night Vale ihrer Stadt mehr, als sie zugeben wollen. Es ist eine freundliche Wüstenstadt. Die Sonne ist heiß hier. Der Mond wunderschön. Und seltsame Lichter ziehen über den Himmel, während wir alle so tun, als würden wir schlafen. Willkommen in Night Vale. Willkommen in Night Vale.